Hallo YouTube, ich bin's, Harkon, der kultig-keckige Keck. Heute mit dem geilsten Hoodie aller Zeiten, wo ihr den bekommt, verrate ich euch nicht. Ha ha ha, ha ha hi. Wir gucken uns an von Malte, die dümmsten Kriege der Geschichte. Ja, also wenn das mal nicht das beste Video aller Zeiten sein muss. Ah, gucken wir uns mal direkt mal an. Schalte ich jetzt mal um, zack. Ein Planet. Die aktuelle Weltsituation fühlt sich ja gerade ein bisschen so an. Das ist fein. Und deswegen möchte ich heute über dummen Kram reden, der schon ein bisschen länger her ist, damit wir gemeinsam historisch kopen können. Denn glaubt mir, die Geschichten des Kuchenkriegs und die des Eimerkriegs helfen dabei. Oh Gott, geht's um die Emus. Es muss doch legit um die Emus gehen. Dieser Australien-Emu-Krieg, wenn der nicht drin vorkommt, Malte, dann werde ich aber sauer. Ich finde aber, der Ton in diesem kleinen Kämmerchen ist nicht so gut. Was stimmt denn da schon wieder nicht? Und du solltest diesen Eimer auch lieber wertschätzen, denn dieser Eimer gilt als Kulturerbe Italiens. Klar, Pizza, Pisa, Petersdom und Neimer. Und deswegen haben die sich geboxt. Ich krieg mich nicht mehr ein. Aber dazu kommen wir gleich erst. Lasst uns vorher eine Sache klarstellen. Auf sich gegenseitig zu super soaken, zu hauen, sich zu drohen oder mit dem Finger aufeinander zu zeigen, ist dumm, war dumm und wird für immer dumm bleiben. Wahnsinn. Okay, krasses Statement. Malte hat sich gerade eben von Gewalt und von Kriegen distanziert. Starkes Statement, Bruder. Ich würde auch gerne mal so eine starke Meinung nach außen hin vertreten können. Aber ich gendere nur. Naja, gut, was willst du machen? Es fängt in der Schule an, aber hört morgen nicht auf. Eine Sache. Eine Sache bleibt immer gleich. Und das ist auch mir lustig. Aber wie es dazu gekommen ist, er hat manchmal schon eine gewisse Atomik. Die Explosion war übrigens gerade nicht wirklich in dem Raum, ne? Ich muss, also viele von euch kapieren das halt immer nicht, deshalb sage ich es lieber. Guck mal hier. Es sieht wirklich echt aus. Es sieht wirklich krass echt aus, als ob da aus Malte einfach so eine Explosion appariert. Allerdings, wenn wir ganz genau hinschauen, erkennen wir einen schmalen grünen Rand, der mich als Fernsehprofi Schlussfolgern lässt, das hier eindeutig mit doppeltem Boden und mit Seil gearbeitet wurde. Und weil heißes Thema bleibt meine einzige Aussage zur aktuellen Situation. Dieses Bild hier macht damit, was ihr möchtet. Die Gründe für große Streitigkeiten in unserer Geschichte auf diesem Planeten reichen nämlich von den typischen Besitzansprüchen und Co. bis hin zu Eimern, Emus und... Da sind sie! Jetzt Harkon-Emu-Spam! Jetzt! Zeigt, was ihr könnt! Wenn ihr überhaupt richtige... Oder seid ihr Australier? Wenn ihr jetzt nicht alle Emus spammt, wie bescheuert seid ihr Australier in meinen Augen. Und demnach verachtenswert. Google Maps? Ja, also, kein Witz. So oft wir auch unsere Beschwerden googeln, um danach natürlich wissenschaftlich basiert gesagt zu kriegen... Du hast Megakrebs. Auch googeln. Bist doch nur so neidisch, weil du nicht so realistische Effekte hast. Gar keine Effekte. Heudi. Macht mal einen Fehler. Hallo? Der Junge hat aber eine unangenehme Stimme. Echt, findest du? Ich kriege eigentlich nur sehr viele Komplimente dafür. Na ja gut. Paarfehler. Ein Paarfehler. Okay. Ne Royal Flasch Doppelkarro Ass Full Art Trainer Straße. Ein Fehler. Google. Ist ein Fehler. Gib mir den Dislike Button zurück, Mr. Alphabet. Jetzt müssen alle, die das Video sehen... Liken, ob sie das jetzt wollen oder nicht. Und das... Emanuel! Stimmt. Dieser Emu, der immer vor die Kamera geht. Emanuel! Ich hab dir gesagt, nein, Emanuel! Don't do it, Emanuel! Kann nur eins bedeuten. Feuert eure Finger Richtung Like-Button. Lasst die Comments exploden. Und sagt... Emanuel! Ich bin da einfach die anderen waren schuld. Ich hab gar nichts gemacht. Und mal ehrlich, schreibt in die Kommentare einfach mal euren Frust von der Seele. Was ist gerade vielleicht Shit? Was ist gut und was machst du, damit... Mir tut dieser Mann hier, ne? Der tut mir so leid. Der ist so traurig. Der wollte einfach nur in Ruhe ein Bier trinken. Hat gar nichts gemacht. Gar nichts. Und mal ehrlich, schreibt... Doch, nicht du, Harkon. Du Nase, der im Video. Ach so. Schreibt in die Kommentare einfach mal euren Frust von der Seele. Was ist gerade vielleicht Shit? Was ist gut und was machst du, damit es dir besser geht? Ich bin ehrlich, aber ihr helft mir gerade mega durch diese verrückte Zeit. Und ich hoffe, wir können euch mit diesen Videos auch ein bisschen durch den Alltag bringen. So, keine Ahnung, wer das war. Ich bin hier nur für die Memes und zum Lachen. Und es gibt ja wirklich genug lustige Zwischenfälle von Autos, die in einem Fluss geparkt wurden, weil Google Maps gesagt hat, das Wasser wäre doch eine Straße. Und jetzt stellt... Sind wir immer noch bei den dümmsten Kriegen der Geschichte, wenn wir über Google Maps reden? Euch das vor, aber mit Staatsgrenzen. Nicaragua und Costa Rica rangeln sich nämlich seit 200 Jahren um den San Juan River und wer ihn wie benutzen darf und zu wem der Fluss und die angrenzende Halbinsel gehört. Und bei so einem prachtvollen Gewässer natürlich verständlich. Also was ist passiert und was hat freaking Google Maps damit zu tun? Nun, irgendwann 2008 saß Eden Antanacho Pastora Gomez, seines Zeichens Kommandante Zero, Anführer der Guerillakämpfer und später Vize-Verteidigungsminister aus Nicaragua. Wenn ihr wissen wollt, was für ein Typ Mensch das ist. Hier bitte, so ein Typ Mensch ist das zu Hause an seinem Boomer-Smartphone und hat, keine Ahnung, geschafft, wo der nächste McDonalds ist. Die haben da nur acht. Da muss der Autobahnfahrten sinnvoll planen. Die haben nur acht? Um Gottes Willen, das ist ja das Paradies auf Erden. Bei viel ihm aber eine Sache auf. Diese eine Grenze, wegen der wir uns seit Jahrhunderten streiten, die zeigt Google Maps gerade so an. Und das geschulte Auge... Das macht Google Maps aber tatsächlich oft. Also Google Maps zeigt dir, je nachdem, in welchem Land du bist, kriegst du verschiedene Ländergrenzen gezeigt, wenn es politisch quasi fragwürdig ist. Wenn du in der Ukraine zum Beispiel auf Google Maps guckst, dann ist die Krim Teil der Ukraine. Wenn du es in Russland guckst, sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Also die achten schon drauf, wo man herkommt. Ich habe keine Ahnung von Geografie. Merkt schon, das ist falsch. Die logische Konsequenz also. Mal eben mit der nicaraguischen Armee von 50 Männern durch den San Juan. Oh, Tett, das war jetzt auch schon wieder keine echten Aufnahmen. Oh Gott, das ist kompliziert manchmal. Pass auf, ich gucke es euch. Ihr seht ja, dass das gar nicht die Uniformen sind der Armee. Das ist ja komplett... Ich sage, komm, wem erzähle ich es eigentlich? Als ob man einer Taube versucht, irgendwie Siebdruck beizubringen oder so. Eine Armee von 50 Männern durch den San Juan-Fluss schwimmen, um auf der Isla Calero, die eigentlich zu Costa Rica gehört, zu campen. Und jetzt nicht so lustig Gravity Falls Lagerfeier mit Marshmallow campen, sondern Militärcamp mit immerhin 50 Männern. Immerhin 150 Beine. Und da haben die dann noch... Hab ich da Brot gesehen? ...angefangen, Sand aufzuschütten, um eine Landbrücke zu bauen. Und unser guter Kommandante Zero, der hat sich das Ganze von der Leiter mit einem Smartphone angeschaut. Oh mein Gott. Und das Smartphone ist höchstwahrscheinlich getrackt worden. Deshalb wissen die Ukrainer stellenweise, wo russische Stellungen sind, weil die Russen einfach ihre Smartphones mit dabei haben. Und deshalb kannst du quasi über einen Funkturm auslesen, wo besonders viele Smartphones an einem Punkt sind. Und dann wissen die Ukrainer, ah, Ziel markiert. Stunk. Kein Witz, das ist ein echtes Foto von der Situation. Sieht aus wie ich im Urlaub mit Edge. Im Urlaub. Bei mir zu Hause in Deutschland. Hat vielleicht die Selfie-Kamera gesucht, keine Ahnung. Aber kurzes Recap. Wir haben also irgendwann mal irgendwas gegoogelt und haben gesehen, warte mal, das gehört jetzt uns. Und dann sind die da rüber. Das heißt Google Street View, nicht Google Staats View. So fängt das an, Alter. Das Metaverse ist ein Fehler. Das wäre wie Apple Maps zu benutzen, um irgendwo hinzukommen. Vielleicht erinnert ihr euch noch... Das Metaverse als Fehler zu bezeichnen, würde ich jetzt aber auch als groben Unfug bezeichnen. Bloß weil Mark Zuckerberg davor schon, ich glaube, täglich mehrere Milliarden Dollar verliert. Und die Firma überlegt ihn deswegen abzusägen, weil er quasi mit Anlauf in der rotierenden Kreissäge rennt. Ah, ah. Chat, wer von euch freut... Eins in den Chat, wer sich auch auf das Metaverse freut und auf die Tatsache, endlich als sein Lieblings-Anime-Uwu-Avatar seinem Lieblings-Content-Creator die Füße zu küssen. Ah, keiner. Sehr gut. Noch bestes App-Logo, zeig dir an, du sollst von der Brücke springen. Gute alte Zeit. Anyway, Land überfallen, weil die Karten spinnen? Nee, du bist nicht du. Wenn du hungrig bist, iss mal ein Snicker-Agua. Und jetzt könnte man natürlich die gesamte Schuld auf Mr. Goof... Schäm dich, Malte. ...schieben wie so ein YouTuber, der scheiße hochladet, sich keine Mühe mehr gibt und dann sagt der Algorithmus, würde ihn bestrafen? Ich meine, selbst Bing Maps hat das hinbekommen, aber nein. Also wer benutzt denn Bing tatsächlich? Oder Internet Explorer? Habe ein bisschen gelollt. Ja, schade eigentlich. Microsoft. Also niemand. Bing ist Teufelswerk. Kenne niemanden, der Bing verwendet. Also wirklich nicht. Normalerweise kennt man ja immer irgendjemanden, den man verheimlichen möchte. Aber ich kenne wirklich keinen Bing. Was ist Bing? Siehst du, da geht's schon los. Die Frage ist vollkommen berechtigt. Ich in Excel, meine Firma ist noch in der Steinzeit. Vielleicht Kambura wäre bei dir auch Harkon-Helferlein angebracht. Vielleicht, Chad, könnt ihr mal kurz Harkon-Helferlein für Kambura aktivieren, wie sie sich quasi eine gescheite Besuchmaschine verwenden kann. Die Daten basierten auf US-amerikanischen... Kennen welche, die benutzen Bon. Karten, die vom Außenministerium offiziell für so eine Kartierung zur Verfügung gestellt wurde. Also statt Haha Google, Haha USA. Beziehungsweise Haha derjenige, der die Scheiße übertragen hat. Also doch Haha Google. Unterm Strich fand Costa Rica jetzt aber nicht so geil und dann haben die ihre... Das war jetzt aber echt. ...Armee rübergeschickt. Funfact an der Stelle, Costa Rica hat gar keine Armee, also sind da 70 Polizisten hingegangen. Die Fuerza Publica und die haben dann da, keine Ahnung, in eine Trillerpfeife gepustet und die Nicaraguanen gesagt, dass sie im Flur nicht laufen sollen oder so. Aber springender Punkt für uns, das Ganze wird tatsächlich als militärischer Konflikt bezeichnet. Bei Costa Rica halt nur militärisch. Gab es nicht mal irgendwie was, wo die Italiener, wo die Lichtensteiner Armee einmal aus Versehen durch Italien gelaufen ist, also so ein paar Meter Feldweg, weil sie einfach nicht drum herum gehen konnten und die sind irgendwie mit 80 Mann, sind die losgezogen und mit 81 zurückgekehrt, weil irgend so ein Italiener gesagt hat, ich ziehe jetzt mit euch nach Lichtenstein. Ihr seid meine neuen Freunde. Ist wahrscheinlich auch so ein urbaner Mythos, den man erzählt. Costa Rica hat übrigens nur Island, keine Armee, aber gegen was soll man da auch kämpfen? Vulkanasche, Ponys, Nicaragua hat sich... Boah, so ein Vulkan. Wir müssen nach Island. Chad, wir müssen nach Island ziehen. Die haben lauter Vulkane. Die haben vor allen Dingen den Ötf, Jalalalötel, Ötel, Dötel, Dökel da, Vulkan, der vor ein paar Jahren den ganzen Flugverkehr lahmgelegt hat. Den brauchen wir wieder. Den Ötf, Jalalalötel, Ökel, Dökel. Der kann uns alles lahmlegen. Mit dem stoppen wir sogar RWE. Nimmst du mich mit? Du bist schon fest eingeplant, Kuf. Ich habe sogar schon einen ganzen Koffer für dich gepackt. Also breit gemacht und Laura Chinchilla, damals Präsidentin von Costa Rica und Jahr, das ist wirklich ihr Name und ich finde es toll. Und der stellvertretende Außenminister Carlos... Das Bild ist sehr hochauflösend. Wenn ihr hier Probleme habt, irgendwas scharf zu sehen, solltet ihr euch eine Brille besorgen. Von meinem neuen Werbepartner Robin Look. Mit dem Code HACON23Dioptrien bekommt auch ihr dort eine Brille ganz nach Maß geschneidert. Also Roversi haben dann aber die Uno-Roverzi-Karte gespielt und gesagt, Google, fix, Jusch. Und da hat Nicaragua aber ganz laut geschrien. Nein. Und dann hat Amerika und der Rest der Welt 2015 doch gesagt. Und ja, seitdem ist das Ding so wie Feuer. Google Maps Krieg? Und wenn ihr das jetzt zu recht albern findet, schau. Und Dänemark ist seit Jahrzehnten mit Kanada im Krieg wegen der Insel bei Grönland. Die marschieren da immer ein, nehmen die kanadische Flagge ab, hängen eine dänische hin und lassen Schnaps für die Kanadier da, Whisky für die Dänen, äh, wie die, äh, also die, äh, noch mal, eine dänische hin und lassen Schnaps für die Kanadier, da die Whisky für die Dänen dagelassen hatten. Ihr habt gehört, auch das ist ein Mythos, der nicht wirklich stimmt. Ich glaube, diesen Konflikt gibt es nicht mehr. Danke für die Aktivierung des Helferleins, Don. Offenbar habe ich versucht, einen geraden Satz zu formulieren und brauche Hilfe. Da, da, ich hab's doch gesagt. Guck, hier gehörst du zu Russland, harte Grenze, hier gehörst du nicht zu Russland, Krickelgrenze. Außer auf Google Maps an. Anyway, zurück zu den wichtigen Dingen im Leben. Ihr habt ja den Konsolenkrieg in den 90ern vielleicht nicht mitbekommen. Dafür aber Android versus Apple. Joi, ich hab mir einfach immer alles gekauft, gell. Ich hab mir nie entschieden. Ich hab mir nie entschieden. Ich hab einfach immer alle Konsolen gekauft, Computer, einfach auch alle Handys. Ich war halt schon immer reich, ne? Das ist so wie ausgelebte Bisexualität, Chat. Warum auf irgendwas verzichten, wenn doch alles da ist? Wir wissen ja alle, wer das gewinnt, oder? Oder? Schreib's mir mal mit deinen Tinder an. Oder? Verschotten Griffeln in die Comments, Apple oder Android und schickt den Aufklärungstrupp Richtung Abo-Pompe und befreit die heilige Glocke aus den Händen des Wesen. Oh, es kauft. Oh, oh, es kauft. super sorgi. Sauber sorgi. Oh, dieser Satz. Oh, es kauft du einfach. Lösen Algorithmus, der dieses Video bestimmt nicht mag. Und damit, hey Leute, ich bin's wieder, der Aufklärungsboomer aus dem Internet. Und wir sprechen heute über die dümmsten Auslöser für Auseinandersetzungen und Gefechte der Welt. Weil jetzt komm endlich mit dem Emo-Krieg. Wir haben extra einen Emote dafür. Alter, ich lache zu sehr gerade. Es tut mir leid, Sünn Katze. Nachher bringe ich dich wieder zum Weinen. Krieg ist nicht lustig, aber die Gründe vielleicht. Und wenn ihr euch beschweren wollt, dass das Intro auf Seite 5 kommt, unser Sekretariat hat eine Stunde nach Videorelease in den Kommentaren geöffnet. Das Wort Krieg kommt eigentlich aus dem altdeutschen Weran, was so viel heißt wie Verwirrung anrichten. Und die Palmen auf der Costa Rica Insel, Alter, die waren verwirrt, als sei jemand mit Google Maps, aber ohne Empfang auf einer Leiderstadt. Guck mal hier, Sabine, ne? Hier steht, hier steht das Hack leicht anbraten. Leicht anbraten und später die Soße aus der Mehlschwitze hinzugeben, ne? Okay. Verstehe. Pures Chaos. Auf Neudeutsch nennt man das heutzutage aber auch. Guck mal hier, ne? Hier, die Nachbarn von nebenan, Sabine, ne? Die sind schon wieder in Urlaub gefahren hier. Hier, ihr schön Hartz IV, ne? Und dann aber in Urlaub, ne? Das sind mir die Richtigen. Pass mal auf, Sabine. Das steht hier in Facebook, steht da drin. Smash. Okay, das ist ein bisschen zu gruselig. Lasst uns also lieber weg aus der Neuzeit mit Hindys und Co. Hinzufrieden. Für Mehlschwitze gibt's ein tolles bayerisches Wort und welches soll das sein, Zündkatze? Sag mal, warum überhaupt warten? Warum nicht sofort hinschreiben? Wir warten. Komm, wir haben Zeit. Ah, da steht's schon. Ei brennen. Gut, das war weniger lustig, als ich dachte. Schade, was ne Enttäuschung. Naja, gut, das... Friedlichen Welt des 14. Weil angebrannt. Ja, gut, wenn man den Witz erklärt, wird auch automatisch lustiger. Jahrhundertsreisen. Italia. Der Eimerkrieg. Hab ich mir nicht ausgedacht, gibt nen Wikipedia. Der Eimerkrieg? Zeig mal Eimer. Dazu. Die ganze Geschichte, davon gibt's aber natürlich auch in lyrischer Form als Gedicht. La Secchia Rapita. Zu deutsch, der geraubte Eimer. Schnörkelig geschrieben, reimt sich viel gute Nutzung von Paareimern. Aber wir sind ja hier nicht fürs Reimen, sondern für die Facts. Und ganz ehrlich, die Bologneser greifen 1325 in der Schlacht von Zapolino die Modena vor der Festung Monteveglion. Bolognese? Hm, lecker. So, und so fängt Faschismus an. Habt ihr toll gemacht, Chad. Ihr seid, ihr seid solche Mitläufer. Ich ekel mich vor euch, wie ihr einfach darauf hört, was irgendjemand euch befiehlt und alle stehen sie in Reih und Glied bereit, um den Faschismus die Tür aufzuschließen. Ich, es reicht mir mit euch, wirklich. Das klingt doch wie ein Rezept für einen Nudelauflauf. Jedenfalls ging es bei dem ganzen Konflikt um die unterschiedlichen Ich spucke auf eure Einmacht. ...politischen Ansprüche des heiligen römischen Kaisers und die des Papstes. Modena hat die Gebelin... Ich hab nicht mitgemacht. Ich war im Widerstand. Ich war nie dabei. Ich hab sogar andere aufgefordert, aufzuhören. ...hinein angeführt und guelfische Familien vertrieben, die dann mit dem guelfischen Bologna alles rund um das gebelinische Modena kaputtgeboxt haben. Gebelin und Guelfen. War das also der erste Guelf-Krieg? Legula ist einer der stärksten Guelben. Okay, stopp. Ich weiß, was ihr nach den Jokes denkt. Dicker. Also, weiter ein... Sass. ...modena... ...wollen die mich impfen? ...hat jedenfalls gewonnen, weil... Sieh zu, wie du deinen Twingo gelöscht kriegst. Unsere Eimer bleiben zu Hause. Jokes on you ist euer Twingo. ...die eine ultra krasse neue Kriegstaktik angewendet haben. Die sind von hinten mit der Kavalerie in die Bolognese gelaufen. Hat dann auch keinen Unterschied gemacht, dass deren Armee dreimal so groß war. Das ist der älteste Trick der Welt. Reminder, es geht aber um den Eimer. Und zudem gibt's tausende Bilder. Okay, nochmal, das mit dem Eimer? Ne, machen wir nicht. Ist vorbei mit dem Eimer. So. ...wirklich nachhaltig verletzt haben. Sources vary. Wann dieser Eimer geklaut wurde, Fakt ist aber, die Modeniser haben gewonnen und haben diesen schicken Eimer aus Eichenholz mitgehen lassen. Toll. Wofür? Das kleine Eimer 1. Hochlebe der Eimer. In manchen Geschichten heißt es, man habe sich in die Festung geschlichen, um das Gefäß zu erbeuten und danach gab's erst die Auseinandersetzung. Manchmal heißt es aber auch nur, dass das Ganze als Demütigung galt und man das Teil erst nach der Schlacht als legitimen Schatz hat mitgehen lassen. So oder so. Den Eimer hat Bologna nie zurückbekommen. Nie. Und die konnten sich jetzt nicht einfach einen neuen Eimer auf einem Anzeigen kaufen? Ach Malte, Alter. Der schämt sich ja für gar nichts. Der ist ja schlimmer als Klaus. Alles über Eimer. Na, dann haben sich halt die Bologna wahrscheinlich gerecht, indem sie einfach das Trinkwasser von der anderen Stadt mit LSD verseucht haben oder so. Oder denen tote Ratten über die Stadtmauer geworfen haben. Irgendwas. Irgendwie haben die sich doch gerecht. Der originale Eimer hängt wirklich immer noch im Dom von Modena. Angekettet. Nicht, dass der wegläuft. Aber okay. Das ist nur eine billige Kopie. Das richtige originale Original, das steht im Modena Ratten. Im Vulkan, äh, Vulkan wollte ich gerade sagen, im Vatikan. Oha, die haben einfach das Original zur Sicherheit in den Vulkan getan. Imagine, willst du gepflegten Eimer rauchen und fängst des halben Krieg an. Imagine, du willst dir gerade den Eimer anzünden und auf einmal klaut den jemand und den führt ihn in seine Heimat und du so, Dude, what the fuck? Hat es dir schon alles zurechtgelegt? So hoffenweise Süßigkeiten und Schokolade und deine Lieblingsfilme von Chish und Chong? Bis dir gerade den Eimer snacken? Kommt irgendein Bolognese vorbei und zieht den einfach ab. Und so, ey, Bro. Arthaus, hinter Glas. Und wenn auf dem Zettel irgendwas anderes steht außer Bodenlos, dann weiß ich auch nicht. Aber keiner weiß, was mit dem Scheiß Eimer eigentlich los ist. Aber Hauptsache, die kriegen dir nie wieder. Einen Eimer. Und schön ist er jetzt auch nicht, wenn ich das mal so frei sagen darf. Entschuldigung, der ist ja wohl charakterlich, ist ja wohl herausstechend. Eimerkrieg. Digga. Den kämpft Mallorca auch heutzutage noch. Wo wir gerade eh dabei sind. Und Vogel... 3XL, das ist eine L. Hörst du mal auf, Riven? Kackelkrieg. Was? Guano-Krieg. Wenn du Vogelkackelkrieg schon lustig findest, warte, bis wir zur Trockenübung auf dem Tick-Tick-Kack-See kommen. Und nein, ich meine nicht die paar Möwen aus dem letzten St. Gria-Urlaub, sondern legit Berge auf Inseln, die aus Vogelfäkalen bestehen. Das ist wie Wacken, nur mit Kackelkrieg. Chemnitz. Ja, und selbige hat man dann abgebaut und es gab Tonnen über Tonnen Lieferungen an Vogelkacke von den Chincha-Inseln nach Europa und den USA. Warum würde man... Ja, warum? Wieso? Man Vogel AA kaufen und jetzt macht es Sinn, dass du Dr. Stone geschaut hast. Was macht man aus der Pipi-Kacke? Richtig, Salpeter? Und dann... Säure? Oder Kiffen? Da wird gekippt... Die rauchen das, oder? Halber Livestream-Chat. Keine Ahnung, ich habe die zweite Staffel nicht geguckt. Salpeter beziehungsweise Ammoniumnitrat war Hauptbestandteil für geile Sprengstoffe und noch geileren Dünger. Und für die Synthetisierung davon brauchte man halt Guano und so wurde aus ganz schnell weißes Gold. Und was stinkt im Gegensatz zu dem Zeug nicht? Richtig, Geld. Kenne mich aus. Hallo, großer Bruder. Hallo, kleiner Bruder. Na, wie geht's denn? Da wirst du denn? Danke für die 100. Geld. Money. Moneten. Und was höre ich da? Kolonien wollen unabhängig sein. Moneten? Vogelkacke? Na, da kann Spanien ja nicht weit sein. Spanien, also 1865 so. Alles, was das Licht berührt, gehört jetzt uns. Das Licht? Aber da, wo das Licht nicht hinscheint, da kommt ja unser... Also Chemnitz nach wie vor nicht spanisch. Na, Schatz her. 30 Meter Mächtigkeit hat das Kacke-Vorkommen zwischenzeitlich. Richtig. 30 Meter AA nach oben. That's huge. Heutzutage ist die Insel by the way unbewohnt, at least von Menschen. Früher haben da aber tatsächlich indigene Völker tatsächlich Strukturen gebaut und gelebt. Ich frag mich, ob deren Leben ziemlich beschissen war. Malte hat zu viel Spaß an diesem Video. Ich grenze ihn sofort ein. Egal. Pirus Guano-Handel brach dann aber durch eine zusätzliche Seeblockade plus die Besetzung der Insel komplett zusammen. Und Chile fand das unfair, schloss sich also Piru an. Und danach kamen noch Ecuador und Bolivien zu diesem Bündnis und haben dann gegen Spanien gekämpft. Erst gab es einige Erfolge beim Seegefecht bei Papudou, wo die chilenische Marine die Virgen de Covadonga der Spanier kapern konnten. Papudou. Papu. Papudou. Dann sind die Peruaner ein paar Monate aber mit der Fregatte Amazonas gegen den Stein gefahren und abgeworfen. Das ist doof. Dann wiederum haben wir... Das ist doof, ja, ne? Blöd, wenn man an Bord von dem Schiff ist. Kann einem schon echt die Petersilie verhageln an dem Tag. Die Britten ist im selben Jahr geschafft, gegen die Ratteninsel zu crashen und die ist... Die ist wirklich nicht groß. Aber voller Ratten! Vorher waren da auch viele Vögel mit entsprechend viel Wert. Okay, Jungs. Steck die... Steck die Hosen in die Socken. Wir bekommen Gesellschaft. Wiek, wiek, wiek. Voller Kacke. Aber die Ratten, die dann über die Jahre mit den Schiffen an Land kamen, haben deren Eier gegessen. Ich kann aber voller Stolz behaupten, Red Island ist jetzt offiziell Red Free. Und jetzt ist es nur noch Island. Das ging je... Harkon, ich suche dich erneut heim. Oh nein. Beantworte mir folgende schaurige Frage. Nein. Über einen Widerstand von 10 Kilo umfalle eine Spannung von 50 Megavolt ab. Welcher Strom fließt durch den Leiter und welche Leistung fällt an ihm ab? Huibu, huibu. Ökostrom, Herr Schmökel. Und die Leistung ist eine 2 plus auf meinem Abschlusszeugnis. Zählt der Handel mit Copy Luwak Katzencafé auch zum Goano-Handel? Ja, irgendwie. Da gibt es auch so ein paar Perverse, die sich das reinziehen. Ein bisschen hin und her und das Bündnis dann irgendwann mal 300 Mann versehentlich in den Creeper-Spawner gesteckt. Aber dann haben sie erfolgreich die Spanier aus ihrem Revier vertreten. Kommen wir jetzt zu den Emus. Wir haben keine Zeit. 1871 gab es dann einen Friedensvertrag. Zehn Jahre später hat man den auch unterschrieben. Keine Ahnung und mussten vorher mit der Minensbürger in Berlin oder so. Hat halt gedauert. Und dafür gibt es jetzt... Ja gut, zehn Jahre, Digga. Da kann man schon mal auf so einen Friedensvertrag warten. Der Erste Weltkrieg wurde auch nicht sofort kapituliert. Da hat man auch sich locker noch mal zwölf Stunden Zeit gelassen. Hat noch ein paar Leute weiter ins Messer laufen lassen. Von daher zehn Jahre. Da würde man als einfach gedacht haben, gut, die Munition ist ja schon gekauft. Jetzt können wir die auch noch mal leer schießen. Das ist auch ein lustiges Denkmal am Titikakasee. Der schlimmste Name für irgendeinen Ort. Die haben also ernsthaft... Harkon, was ist das denn für ein Bangerhemd? Zwiebelkorn ist zu hören. Das ist kein Hemd. Das ist ein Hoodie. Oder meinst du das Hemd, das ich trage? Oder den Hoodie. Oder das Hemd. Beides in Kombination. Ja, das hier, das weiß man nicht, wo man das kaufen kann. Das werde ich auch niemandem verraten. Und das hier ist, sag ich auch nicht. Eine Menge Shit da war. Oh ja. Unter dem Oberflächenstrich kann man sagen, da war die Kacke aber ordentlich am Dampfen. Weil, ist ja heute auch wieder ein Thema, Dünger ist wichtig. Dann haben die sich halt gezankt und mit Scheiße beschmissen. Obwohl nein, das war viel zu wertvoll. Bis dann 1908, Franz Haber das Ganze via synthetischer Herstellung geschafft hat und dann wollte niemand mehr den Chlorkenspender benutzen. Also, weg von Vögeln hin zu Menschen. Männlichen Menschen. Männer sind ja das eine, trinkende Männer, das andere. Und Fußball ist nochmal ganz anders. Wild. Und das Fußballgrundsätze papatastisch. Letztlich ja, ein gefährliches Streitthema. Ich weiß vermutlich jeder von uns, einmal Werder Bremen sagen und laufen, reicht, um die Erfahrung zu machen. Good morning, Glenn. Sehr. Okay, offenbar, ich erkenne nicht, wo das ist, aber ich würde vorschlagen, dass es Hamburg Reber waren. Wir haben den Hinweis mit der Ananas auf dem Hemd verstanden. Wann und wo? Am Mittwoch, 20 Uhr, Parkplatz Großkugel. Seid da und seid entsprechend vorbereitet. Er mag den Popschuss schon sehr gerne. Dachte wahrscheinlich, es wäre so ein veganes Speiseeis. Vielleicht ist Fußball einfach nur ein rund gewordener Fehler. Wir könnten jetzt über den sogenannten Fußballkrieg zwischen El Salvador. Ich weiß noch, wie ich einmal im Stream gesagt habe, dass ich Fußball elend langweilig finde und mir besoffene Fußballfans so richtig krass auf die Nerven gehen und dann kam irgendwie so ein pöbelnder Typ rein, so richtig wie in so einem schlechten Sketch, der war noch nie hier und der war auch danach nie wieder da und meinte, oh Gott, lass Fuß hier, oh. Da musste ich, musste ich gerade mal lachen gehen. Musste ich gerade mal lachen. Von Honduras reden, aber was? Was, wenn ich dir sage, dass dieser Fußball in Wahrheit ein Kuchen ist? Everything is Cake. Und Marie Antoinette hat das ja schon damals für uns festgehalten. Kuchen ist wichtig. Bei Kuchen hört der Spaß auf. Das hat sich... Kuchen-TV ist auch langweilig und geschmacklos. Ich wurde letztens von jemandem angebrüllt, ich soll den Zaun in Ruhe lassen. Lass aber auch den Zaun in Ruhe, es nervt langsam. Du bist so zaunfeindlich hier, Skurala Sula. Ich weiß überhaupt nicht, was ich überhaupt noch von dir halten soll. Wir sind hier ein Safe Space auch für Zäune. Die Regierung auch gedacht, als sie halb Mexiko wegen Kuchen von der Landkarte streichen wollten. Aber von vorne. Im schönen Jahre 1832 saß Monsieur Rémontel in der neuen Welt, in der er eine kleine Boulangerie eröffnet hatte. Fußball ist... Okay, pass auf. Ich gebe euch die Möglichkeit, mal eine ernste Antwort zu geben. Mögt ihr wirklich und ich möchte eine ehrliche Antwort haben, eins in den Chat, wenn ihr wirklich gerne Fußball guckt. Zwei, wenn nicht. Es ist okay, ich werde das jetzt nicht bewerten, ich will es einfach nur wissen. Christel hat eine eins geschrieben. Eske Dynamo Trestes! Die, die, Dynamo! Okay, Dynamo Trestes ist wahrscheinlich Kult der Don, ne? Dankeschön. Okay, niemand mag Fußball, schade Schokolade, kann man nichts machen, aber schon okay. Ein französischer Siedler, ein Vorreiter, stolz, patriotisch, aber dann, auf einmal, hörte er etwas an der Tür. Zülfige mexikanische Soldaten! Das ist echt. Und dann haben halt zwölf mexikanische Soldaten im Vollsuch seinen Laden und seinen Kuchen, kurz und kleingeschlagen und noch schlimmer, geklaut. Daraufhin zurecht... Oh nein! Der schöne, doch schöne Kuchen! Nicht das Grubenhaus! Warum klauen die kleingeschlagenen Kuchen? Ich glaube, der trägt sich besser. Wenn du so kleine Portionen kann man sich besser in den Mund schieben. Regen Merkel! Buu, Merkel, buu. Dem französischen König Louis Philippe geschrieben. Bonjour, Bré! 60.000 Pesos oder... Oder was? Oder Frankreich verliert sein Gesicht! Frankreich hat doch gar kein Gesicht, die haben eine Flagge. Und Baguette! Wir waren mal eine Zeit lang waren wir hier mal Franzosen auf dem Kanal. Das ist aber irgendwie... Irgendwie ist das unter den Tisch gefallen, dass wir vergessen haben, wer wir sind. Irgendwann haben wir mal zwischendrin vergessen, wer wir sind und haben unser französisches Erbe mit Füßen getreten. Das weiß ich noch ganz genau. Naja, gut. Kann man nichts wohl machen. Sad, gät. Also hat Philippe dem guten Anders... Wie viele Franz? ...Stasio Bustamante, damals Präsident von Mexiko, genau das geschrieben. 60.000 Pesos. Und Mexiko so? Ja, und dann? Dann hat Frankreich 1838 den Preis verzehnfacht. Denn niemand, niemand klaut französischen Kuchen. Anastasio hatte darauf aber nur eine Antwort. Und dann? Kekwe ist auch wirklich das beste Meme. Ich bin die Franzosen halt mit ihrer Flotte hingefahren, um diesen Eindruck zu schinden. Wegen... Wegen Kuchen. Und Mexiko? Was ist dein Lieblingsfranzösisches Wort? Nein, doch. Als das also alles nicht gereicht hat, haben die Franzosen ihren Monstermörse aus... Wir reden ja immer noch über Kuchen, ne? Holy... Holy Bamboli. ...gepackt und erstmal alle möglichen Schiffe versenkt und dann gedroht, einfach mal die Häuser zu mörsern. Was für ein Rohr... Ahahaha. Wobei, mein Lieblingsfranzösisches Wort ist, glaube ich, LaRage, wenn ich mal so drüber nachdenke. Und der ganze Text von dem Song, den ich jetzt gerade nicht kann. Und spätestens bei dem Wort Monstermörser oder im OG Mortier Monstré. Das klingt irgendwie nicht so eindrucks... Hätt ich Kuchen da. Hätt ich dich heut erwartet, hätt ich Kuchen da. Kuchen da. Das Einzige, was schade ist, ist eigentlich, dass ich diesen Hoodie hier nicht als Zipper habe. Wenn ich den als Zipper hätte, könnte ich einfach mein kultiges neues T-Shirt so drunter tragen. Das ist verkehrt rum, glaube ich. So rum gehört das. Dann könnte ich einfach... Aber ich werde vielleicht einfach... Oh, es riecht... Chat hier drin riecht es gut. Es riecht so ein bisschen nach frisch gewaschener Wäsche und einen frischen Druck auch. Neue Klamotten. Hoodies werden... Zip-Hoodies werden auch... Ja, ich mag an sich Hoodie-Hoodies lieber. Also Zip-Hoodies sind halt schlecht für den Bart. Tatsächlich. Aber wenn wir mal Harkon-Merch machen, dann gibt es auf jeden Fall... Würde ich sagen, gibt es einen Harkon-Hoodie und einen Harkon-Hawaii-Hemd. Das kann man nämlich beides mit Doppel-H abkürzen. Na gut, vielleicht auch nicht. Aber spätestens als die Teile ihre monstermäßigen Granaten abgefeuern... Hinten an die Wand hänge ich eigentlich gleich mal hinten an die Wand. War Anastasio dann... Ja, such drauf. Monstermörser, Alter. Der ist echt monstermäßig. Monstermörser mal lieber den Like-Button endlich weg. Da hat aber dann der Ex-Präsident von Mexiko Antonio Lopez de Santa Ana seine Chance gewidert. seinen Platz zurückzuerlangen, indem er die bösen Franzosen in die Flucht schlägt. Und dann hat ein Monstermörser ihn eine Knielänge kürzer gemacht. Bruder, es geht immer noch um Kuchen. Naja, das Ende vom Lied. Mexiko hat dann also zähneknirschen 600.000 Pesos an Frankreich gezahlt. Und dann hat Ex-Präsident Antonio Lopez de Santa Ana seinen Platz tatsächlich zurückerlangt, indem er einfach allen Leuten gezeigt hat, dass er kein Bein mehr hat und dass er eine patriotische Höchstleistung war. Monstermörser. Ich stelle mir das so vor, die Politiker der damaligen Zeit, ich glaube, da muss man nicht gendern, die haben einfach gedacht, gut, es geht ums Prinzip, wir schießen so lange auf alles, was sich bewegt, bis die anderen aufgeben. Und die ganzen Soldaten und Mütter der Soldaten damals so, Dude, what the fuck? Mein Sohn wurde von drei Franzosen mit Bayonetten totgeprügelt wegen Kuchen. Ich will es doch nur verstehen. Fucking Kuchen. Ich war ja auch schon mal wegen einem Bienenstich sehr sauer. Es gibt doch den Kabeljau-Krieg, den Petersilie-Krieg, irgendwelche Rosenkriege, bei denen Mann und Frau... Der hat den Emo-Krieg nicht. Der hat den Emo-Krieg nicht. Warum denn nicht? Das ist das Beste, also nicht das Beste, aber das Unterhaltsamste von allen. Man muss sich trennen und dann alles 50-50 teilen, auch den Tisch oder den Stuhl. Dann gibt es auch den Emo-Krieg. Ah, da ist er doch. Also Malte, da muss man sich doch mal fragen, wie konntest du das denn, wie konntest du das denn nicht benennen? Die australische Armee gegen Vögel verliert und, und, und. Aber darüber reden wir das nächste Mal bei einer neuen Folge Yu-Gi-Oh! Emo-Krieg hat eigenes Video bei Malte oder was? Geil. Hallo YouTube. Ich meine, tschüss YouTube, mach's gut. Das war wieder mal lustig und unterhaltsam, was Malte da gemacht hat. Meine Zuschauer haben leider oft gedacht, dass gezeigte Aufnahmen echt wären, aber bei Gott bewahre, die sind liebenswert, aber manche von denen standen zu lange im Schatten, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn ihr auch mal die Sonnenseite der guten Unterhaltung mitkriegen wollt, dann kommt ihr auf Twitch. www.twitch.tv slash harkon. Da ist wirklich für jeden immer was dabei und alle werden glücklich. Wir tanzen quasi im Reigen des Regenbogens auf Twitch. Das wird toll und daher sehen wir uns. Macht's gut und bis bald.